Ich lese aus dem Buch, was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt? Von Daniel Hany und Philipp Kovtse. Der Tanz der Freiheit. Was ist Führung? Wie können Menschen geführt werden? Wie kann sich Führung rechtfertigen? Führung kann heute eigentlich nur noch ein Ziel haben. Selbstführung. Will Führung etwas anderes, diskreditiert sie sich. Wenn Führung nicht zur Selbstführung führen will, missbraucht sie jene, die sie führt. Führung lässt frei, wenn sie sich überflüssig machen will. Tut sie das nicht, dient sie der Abhängigkeit. Die Frage lautet, wem dient Führung? Der Freiheit oder der Abhängigkeit? Beispiel Tango. Da führt der Mann die Frau. Man könnte meinen, er sei der Bestimmer, der ihr zeige, wo es lang geht. Doch das ist falsch. Der Herr führt die Dame im Dienste ihrer Bewegung. Er bestimmt nicht, was sie zu tun hat, sondern verschafft ihr den Spielraum für ihre Bewegung. Es geht um ein feines Zusammenspiel. Für die Tänzerin ist es das Größte, sich dem Tänzer ganz hinzugeben, sich auf den von ihm geschaffenen Spielraum einzulassen und ihn auszukosten. Sie geht ganz mit, ohne sich dabei aufzugeben. Hingabe, die in Aufgabe verfließt, ist nicht attraktiv. Zurückhaltung, um Eigenständigkeit zu behaupten, auch nicht. Sich nicht einzulassen ist keine Eigenständigkeit. Das Zauberwort, das Tänzerinnen und Tänzer verbindet, heißt Vertrauen. Die Tänzerinnen, die sich vertrauensvoll hingeben, ohne sich dabei aufzugeben, die sind die Begehrtesten. Sie sind es, welche die Männer über sich hinaus wachsen lassen. Misstrauische Frauen lassen Männer erstarren und zwei linke Beine haben. Und wiederum ähnlich geht es Frauen, die von misstrauischen Männern und solchen, die Führung falsch verstehen, geführt werden. Sie können sich nicht hingeben, wenn der Mann alles oder nichts sein will. Sie stolpern, über seine Beine oder über andere Füße. Führung im Dienste der Bewegung des Anderen. Hingabe ohne Selbstaufgabe. Das sind die Herausforderungen des argentinischen Tangos. Wenn zwei ihn gekonnt tanzen, ist nicht mehr zu erkennen, wer führt und wer geführt wird. Beide führen einander in Freiräume, die sie ohne den anderen gar nicht betreten könnten. Führung wird Freiraumforschung. Früher war es ein Erfolg, wenn man Menschen dazu bringen konnte, etwas auszuführen. So entstanden die ägyptischen Pyramiden und der Gotthardtunnel. In Zukunft wird es ein Erfolg sein, wenn man andere dazu befähigt, selbstverantwortlich tätig zu sein. Der gute Lehrer, der weiß es nicht besser als seine Schüler, sondern er dient seinem Schüler. Der gute Chef befiehlt nicht das Personal, sondern dient den Personen. Der gute Politiker repräsentiert nicht sich selbst, sondern dient seinen Wählern. Freiheit ist ein heißer Tanz. Freiheit heißt nicht, unberührbar zu sein. Freiheit heißt, sich verbinden zu können. Freiheit kann man weder kaufen noch verordnen. Man kann sie jedoch ermöglichen, indem man Selbstführung und Selbstverantwortung begünstigt. Bisher ist Freiheit immer zu erkämpfen oder zu erarbeiten gewesen. Erst die Befreiung von der Natur, dann die Befreiung von den Obrigkeiten, schließlich das Erringen von Bürgerrechten, das Wiederbeleben der Demokratie, der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, Emanzipation und freie Marktwirtschaft. In Zukunft wird Freiheit nicht mehr so sehr erkämpft oder erarbeitet, sondern vor allem ergriffen werden müssen. Früher bestimmten äußere Strukturen den sozialen Zusammenhalt. Die Umstände, in denen wir hineingeboren wurden, haben uns geführt. Die Blutsbande haben uns getragen, aber auch gefangen gemacht. Die autoritären Systeme waren gesetzt. Es kam kein Knecht in den Sinnen, ein Herr zu sein. Davon haben wir uns befreit und individualisiert. Freiheit ist da für jeden Einzelnen. Die Zukunft ist die Gegenwart freier Verbindungen. Wahlverwandtschaften werden wichtiger. Wer sich über andere stellt, wird untergehen. Wer die anderen ausnutzen will, wird leer ausgehen. Wer aber seine Freiheit in den Dienst der anderen stellt, der hört die Zukunftsmusik, die zum Tanz aufspielt.